Die Serien-Highlights im Februar sind eine ganz schön wilde Mischung. Sie beten besser für Ihre Erlösung. Und lassen keine Wünsche offen. Überraschung! Ganz glauben kann ich es immer noch nicht. Von Opferbereitschaft. Vater, gib mir die Kraft. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Über brandheiße Einblicke. Ich bin Marni. Wir sind hier nicht bei Love Island. Bis zu echtem Nervenkitzel. Die Spionage kann zuweilen recht berauschend sein. Hier ist für jeden was dabei. Wie würde Ihnen das gefallen? Yes! Das wäre Wahnsinn. Die brandneuen Highlights im Februar nur auf Kanal Plus.